Musik Der gute Ab hat mich dazu eingeladen, etwas zum Rappers in Adventskalender beizutragen Und das lass ich mir natürlich nicht zweimal sagen Ihr habt lang genug gewartet, vielleicht aber auch nicht Ich mach die ganze Scheiße hier auch eigentlich für mich Hab ich irgendwas zu sagen, dann mache ich Musik und mache ich Musik Junge geht es ums Prinzip, also nahm ich mir die Zeit Ganz egal wie lange bis die Platte ready ist Dann blieb ich erstmal ne Weile hängen auf Freddy Gips Ich geb nen Scheiß auf schnellen Fame oder Hype Und wenn gerade nix passiert, liegt mein Facebook auf Eis Ich poste keine Sprüche oder sonst irgendeinen Müll Bloß um deine scheiß Timeline mit Content zu füllen Und nein, ich mach auch keine lustigen Vlogs Guck deutsche Rapper entertainen, doch die Mucke ist Schrott Die Leute fragen, was geht eigentlich bei dir, doch ich hab kein Plan Ist echt einiges passiert und ich lasse mich zum Schreiben inspirieren Aber brauche meistens auch noch meine Zeit zum Reflektieren Ich bringe viel zu häufig Scheiße aufs Papier Und ich will, dass ich es lohnt, für dich nen Schein zu investieren Außerdem hab ich fleißig für das Live-Ding trainiert Und ich hoffe, eines Tages zeige ich es dir Denn gute Dinge brauchen keinen Hype Gute Dinge brauchen ihre Zeit In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit Mein Name ist Pimpf und ich wünsch euch fröhliche Weihnachten Yau Yau Ich bin, 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 ich bin